hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute zog ich mal clash royale mit steve hallo also ich weiß zwar nicht ob ihr hört aber das werde ich dann schon wenn ich mir das video anguck werde ich dann schon sehen auf jeden fall so schlimm ist es ja dann eigentlich auch nicht heute mit diesem deck und da suchst du oder und leute was ich noch erwähnen wollte ihr könnt alle mein klan reinkommen wenn ihr wollt weil ja ich habe vorm damit ein paar kumpels wieder zu zocken und so ein kumpel hat jetzt ein handy noch nicht deswegen kann das selten online kommen und alles und ja steve suchst du steve alles klar der wieso bist du wieder im spiel ja leute dann gucken wir mal kurz zu so geht doch so leute steve steck hast du dein kohlen golem dabei und so ja lass hier einen push aufbauen oder die dinger sind erstmal down hier mit dem mini packer mit der ist gut du hättest meinen mini packer spiegeln müssen müssen vor allem so soll ich das video dann heute noch hochladen oder also jetzt dann direkt oder nicht oder morgen oder so ich hoffe man hört den fernseher nicht ich schau gerade noch fernseher so ja genau spiegelt dein lover hund und ich hau hexe noch hin oh man warte wir brauchen eine abwehr das ist gerade ein bisschen blöd okay okay wenigstens mit der mensch gemacht du kannst ja auch reden du musst jetzt nicht leise sein hallo kannst du mal aufpassen wo du hin machst du hast gerade den power aktiviert der ich habe doch gesagt ich bin nicht so gut ich will wieso Soll ich abwehren oder mit pushen? Nein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, 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 oh. Ich habe die Hexe ausgewählt. Es reicht. Was reicht? Das Video. Sicher? Ja. Für Anfang schon.